Ihr habt den Gäste gesehen, der hat mir übelst zerstört. Tja, ist so. Was willst du hier? Was freut ihr? Was freut ihr von dir? Sag alles aus. Was ist so? Aber ich kann mich nicht zu meinen Namen. Was willst du hier? Ich kann mich nicht zu meinen Augen schlecht sehen. Oh, heul doch. Lass mich doch. Was willst du hier eigentlich nicht? Ich will, dass ihr mich in Ruhe lasst. Wir kommen vom Pistisch, Frau Lussel. Komm mal aufs Becker. Was ist so? Was ist so? Hinter, hinter, hinter. Oh. Denkt an die Folgen, die ihr durch diesen Hate auslösen könnt.